Alter, was ist denn das denn? Was ist denn? Alter, geht da was dran. Und da ist er ja, der erste Langnasensaugdöbel, Alten. Geil, Alter. Langnasensaugdöbel, Herr vom Bödefeld in Fischvariante, abgefahrener Scheiß, Alten. Krass. Ja, ist das der Hammer, ey. Schönes Ding. Und es hat funktioniert. Gerade unseren Discord durchstöbert, den Feierabend-Discord und der Peik, der Alten hier Link bzw. Spot aus dem VK getestet. Saugdöbel. Probier mal irgendwie in dem Bereich von... Ich muss mal gucken, wie der beißt. Ich schmeiß gerade hier das zweite Mal aus. Ich habe keine Ahnung. Probier mal. Habe ich mir gedacht. Komm, guck es mal hin, weil Fisch fehlt mir auch noch. Schon ein paar Mal probiert. Und ja, ist doch mal eine Idee, ne? Schön hier auf so einem komischen Saugdöbel, Alter. Das wäre doch mal was. Absolut spannend. Ich war gerade noch hier ein bisschen weiter unten, war mit Ultralight unterwegs. Da war ich gerade hier in dem Bereich. Da wurde ein schöner Naver gefangen. Auch der Post unten im Discord bzw. Discord. Der Link ist unten drunter zum Discord. Und da war dann der Post im Kanal. Ja, mal. Habe ich mir auch gedacht, Alter, geil. Da lohnt sich ja. Da kann ich ja beides testen. Am Nachmittag war ich dann da. Da kann ich einmal den Naver testen. Schön auf dem kleinen Spiker. Und dann abends habe ich mir gedacht, perfekt, direkt hier zum Saugdöbel. Und zack, ist er sogar reingerasselt. Geil, Alter. Mein erster Saugdöbel freut mich. Schönes Ding. Habe ich schon ein paar Mal probiert. Die letzten Male allerdings immer auf Grund probiert. Ich weiß gar nicht, was das für einen Grund hatte. Ich weiß es nicht. Ich bin auch, ich habe mich auch null informiert über den Fisch. Habe bloß gedacht, Alter, brauche ich sowieso. Kann ich mal mitnehmen. Wieso auch nicht. Also, direkt los. Und mir das Set angeguckt. Und natürlich wieder ein bisschen rumgefummelt am Set. Denn ich habe mir gedacht, komm, Alter, so schwer wird der Fisch ja glaube ich gar nicht. Da gehst du mal hart in den Drill. Wer weiß, was da noch alles anbeißt. Wir können gleich mal das Set angucken. Ich lasse nochmal ein bisschen weiter durchtreiben. Ich glaube, der hat jetzt gerade eben ein bisschen weiter da hinten gebissen. Und vielleicht muss ich also gar nicht so ganz weit. Also, wenn er da immer beißt, dann kann ich ja auch da hingehen. Also, ein bisschen weiter vor. Jetzt, guck mal hier. Und gehakt. Und gehakt. Also, wenn das wirklich der Fall ist, dass er hier beißt, dann merke ich mir jetzt ja hier die Stelle. Werf gleich bei 100, 264. Werf da gleich ein bisschen. Ne, ne olle Quappe. Werf dann da gleich nochmal ein bisschen weiter vielleicht. So. So, aber jetzt können wir mal kurz aufs Set eingehen. Ich hab mir gedacht, allen, wenn er mit Pose gefangen wird, dann nimmst du natürlich die Match. Ich hab Match geskillt. Ich hab hier extra Points für die Matchmontage drin. Ich hab eine ganz dünne Schnur genommen. Passt 700 noch was Meter drauf hier auf der Kaliber, auf der HSV. Und ich hab eh nur 450, also 450 Meter hätte ich jetzt Platz. Ich habe einen 2,8er Micro Braid genommen. Ich geh hier super fein rein. 2,8 Kilo Micro Braid. Mein geliebtes Micro Braid. Ja, 0,04 Millimeter dick. Lieber mal aggressiv in den Drill gehen und lieber mal wirklich halt super zart rangehen. Aber dafür halt die Chance haben, was richtig Geiles zu fangen. Wenn da irgendwas viel zu dickes reingeht und wenn da irgendein, weiß ich nicht, was da reingeht. Da müsste schon irgendwas mächtiges, ob da irgendwelche Lachse reingehen. Ich mein, ich hab jetzt hier gerade Steinfliege und Tauwurm drauf. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man auch noch irgendwelche anderen Köderkombis testen. Ich muss gleich mal gucken in den Rekorden. Ich hab noch gar nicht reingeschaut, ob es da noch irgendwelche anderen Köderkombis gibt, die vielleicht auch noch funktionieren. Wisst ihr was, dann machen wir mal als erstes. Ja, das ist halt die große Frage, ob diese Köderkombis auch noch andere Fische triggern. Dann stehe ich hier mit runtergelassener Hose. Denn dann ist ein 2,8er halt wirklich tricky. Wo ist er denn, der Saugdöbel? Langnasen, Saugdöbel. Guck mal hier, komplett mit Tauwurm. Tauwurm, Grashüpfer. Mistkäfer, 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 Mistkäfer. Na, das ist doch mal eindeutig. Das ist doch mal eindeutig. Das ist geil. 2, noch was Kilo. Na, guck mal. Und ich hab ein 2,8er Vorfach. Heißt also, ich bin komplett im positiven Bereich. Was ich gemacht habe, Paikmar hatte im Discord gepostet, einen 6er-Haken. Hab ich mir gedacht, komm, Alter, 6er-Haken. Lirum, larum, Alter. 4er-Druf. Direkt den 4er-Druf. Wir wollen die dicken Dinger haben. So, Mistkäfer raus. 2 Meter Tiefe ist hier eingestellt. Ich werfe, ich hab hier keinen Clip. Ich werfe jetzt hier so aus dem Schüsseler Mengen einfach mal so raus. Bisschen Schnur straffen. Und ich warte ab. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Super geil. Das macht es natürlich für mich nochmal super aufregend. Ein Fisch, den ich halt vorher noch gar nicht hatte. Das ist halt immer richtig geil. Das ist halt richtig geil. Und weil, also mehrere Komponenten. Einmal ist es geil, keine Ahnung, wie er beißt. Was hat er für Bissverhalten? Gerade hat er so ein bisschen, so eine Art Hebebiss und die Pose wackelte so ein bisschen rum. Als ob er das wirklich angehoben hat. Hat aber die Quappe auch gerade ähnlich gemacht, die kleine. Die hat auch eher angehalten. Die Pose wackelte eher so ein bisschen rum. Was halt das erste Signal war, dass hier unten die Meldung Treibangeln, die war weg. Und das ist natürlich ein gutes Argument. Das heißt, wenn ich hier jetzt gerade mit dem Treibangeln, oder ein guter Anhaltspunkt ist es einfach, wenn das Treibangeln weg ist und ich kann dann einschlagen direkt und habe vielleicht dann auch wirklich den Biss, das wäre halt ein richtig geiles Zeichen. Was ich mir natürlich jetzt schon direkt überlege, was ich mir jetzt schon überlege, ob ich nicht direkt hier mit zwei Posen zweimal Match rausballern, ähnliches Set und doppelte Chance. Ich meine, so viel Frequenz ist ja jetzt hier nicht gerade. Ich ziehe noch mal weiter, gehe noch mal wieder ein bisschen hoch. Ich stand ja gerade irgendwie hier bei 100 ungefähr oder hier so. Passt das? Ich glaube hier so. Irgendwo bei, ich glaube hier so ungefähr stand ich, ja. Ich werfe noch mal ein bisschen weiter und dann gucken wir gerade schon mal eben nach dem zweiten Set. Da könnten wir uns hier die Rebellion Match auch noch nehmen. Die ist sogar auch noch ausgerüstet. Siehste mal, machen wir hier auch noch mal schnell 450 Meter drauf. Auch hier das kleine Mikrobrät. Hier lassen wir den Achterhaken mal drauf und hier nehme ich dann mal einen Grashüpfer. Wobei halt wie gesagt Steinfliege gerade schon funktioniert haben, ne? Warum nicht einfach die Steinfliege dran lassen, Algen? Das ist es. Immer das Gleiche, Alter. Ich versau mir auch immer selbst meine vollen Kescher, weil ich immer wieder rumprobieren muss. Kannst du dir nicht ausdenken, ey. Immer das Gleiche mit dir. So, zweite Route ist draußen. Alter, ohne Scheiß. Mir schmeckt das gerade aber so richtig, ey. Ich sag es dir. Das ist geil, ey. Das ist geil. Saugdöbel. Ich meine, gut, wir sind ja am Yama. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt was für jeden. Am Yama muss es auch erstmal hinkommen. Aber, was schon mal gut ist zu wissen, dass das Ding überhaupt halt auf Pose reinballert. Ich meine, Posenangeln an sich. Also, ich finde, Posenangeln ist wirklich eine Qual, ja, in R4, bis man es, ähm, bis man es zur Matchroute geschafft hat. Es ist wirklich hart-sackgängig, kann man nicht anders sagen. Ich werfe mal ein bisschen weiter raus. Ähm. Und ich finde, sobald man die Match dann hat, wird man komplett entschädigt. Mit der Match macht das alles so viel Bock. Das ist so anders. Weißt du was? Ich werfe mal... Alter. Da war was. Da war was. Da war was. Da war was. Ich glaube, er nimmt jetzt gerade mit. Er schwimmt jetzt mit der Strömung. Und zieht die Pose. Ja. Ha. Ah, ich muss ein bisschen weiter werfen, glaube ich. Ich glaube, ich muss ein bisschen weiter werfen. Guck mal hier. Leicht in die Bremse. Nice. Also, wenn hier ein richtig fetter reingeht, ein richtig fetter, müsste gedrillt werden. Wenn die... Ich bin gespannt, was es ist. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es wieder eine olle Quappe. Olle Quappe, Alter. Naja. Ähm... Genau. Entschädigung durch Matchangeln. Ab der Match richtig sexy. Ich teste es ja gerade wieder mit dem... Mit dem Posen-Account. War ich ja zuletzt auch wieder unterwegs. Und dadurch habe ich dann auch gedacht, Alter. Was für eine Qual, ey. Was für eine Qual. Hier jedes Mal mit dem... Mit der Bollo auch und sowas alles. Das Anschlagen. Das ist so tricky. Man muss genau im... Ich habe schon Sachen rumprobiert, Alter. Schnur flach halten. Schnur ganz hoch halten. Ähm... Ich habe... Schnur zugemacht und quasi wie mit der Stippe angeschlagen. Und was nicht alles. Alter, es ist so eine Qual. Links angeschlagen, rechts angeschlagen, nach oben angeschlagen mit der Bollo. Und trotz allem ist es einfach nicht so sexy und easy wie mit der Match. Absolut wild, ey. Und Match, Match ist fast wie Grundangeln. So easy. Es kommt der Bist, das Ding geht runter. Du kurbelst ein hier mit Speed. Brrrr. Ziehst ran. Und es hakt. Das macht es einfach aus. Und das ist einfach so geil. Weil ich meine, es ist ja eh... Es ist ja eh schon ein bisschen tricky, sich sowas hier anzutun. Und dann... Alter, und dann hakt das nicht mal. Da kriegst du echt Plack, ey. Aber Leute, trotz allem, es lohnt sich. Zieht durch. Jetzt war die Tage nochmal eine Nachfrage. Auch zweimal sogar eine Nachfrage. Da geht einer ran, auf den blauen. Zweimal eine Nachfrage im Team, im Discord. Bezüglich, äh, Mittelklasse-Match. Und ich muss sagen, und ich da liebäugle dich tatsächlich vielleicht sogar nochmal mit. Ähm, so eine Model-One-Match ist gar nicht schlecht, Alter. Die große, die XH-Model-One-Match, für gar nicht so teuer. Ich glaub, es ist irgendwas um die... Sag die, um die 1000 oder so. Ähm, wirklich interessantes Gerät, weil die so ein hohes Wurfgewicht hat. Algen. Und dann schön mit dem hohen Wurfgewicht, mit der Match und Köderfisch, ey. Das ist so die Idee. Ich hab momentan von den großen Match-Routen, die ich hier habe, ich hab ja eigentlich nur drei richtig dicke Schwere. Und davon ist eben die Falcon-Match, die mit dem hohen Wurfgewicht, auch sexy. Aber ich nutze, ich nutze zu 90%, 80%, sagen wir mal, die Rebellion-Match, die Monster-Match, äh, die Monster-Match. Dann natürlich noch die Rebellion-Match, da ist auch gerade wieder was dran. Und, ähm, ganz selten eben die Falcon. Ich weiß nicht, ob es so gut ist mit zweien. Ich glaube, dieser Moment, wo die Unterbrechung kommt, von diesem Treibangeln, ich glaub, den Moment muss man abpassen und zuschlagen. Ob das jetzt so die gute Idee ist, so was zu machen? Ich weiß es nicht. Der Pike mal hatte, ich weiß nicht, wie viele das waren, 10, 12, 10, 12 Saugdöbel oder was? Ähm, stand aber, glaub ich, zwei Nächte hier, wenn ich das richtig gesehen habe. Alter. Dran. Ui. Schneller Biss. Schnell runtergezogen. Ich hab keine Ahnung, was es ist. Und zieht auch noch ein bisschen ab. Ei, ei, ei. Auf 2,8 Kilo Mikro-Braid. Okay, das ist das Maximum. Oh, 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 die Schnur hart am Limit. Ich mach mal wieder einen runter. Wir gehen hier schön in den Drill. Lassen dem Fisch aber auch noch ein bisschen Zeit und gehen auch in den Blank rein im Drill. Ziehen lassen. Und er hat Bock. Und er hat Bock. Ich glaub, den kriegen wir jetzt gerade mal eben nicht so schnell rausgeballert. Bisschen hier runtergehen. Also mit der Strömung dann lieber ziehen. Dass der Fisch gegen die Strömung schwimmen muss. Ich seh schon gleich, Alter, die Pose, die andere, die treibt gleich hier ein bisschen nach Madagaskar, ey. Ei, ei, ei. Alter, die geht auch unter. Die ist auch untergegangen, Alten. Wenn jetzt der Selbsthakteffekt kommt, Alter, dann zieht der mir ab. Komm, Alter, komm ran hier, komm ran hier. Ich glaub, ah ne, ist nicht. Da ist sie wieder. Oh, doch, da ist was dran. Alten. Der hat Bock. Ich vermute fast, dass es kein Döbel ist, Alter. Wenn das ein Döbel ist, dann ein richtig dicker. Aber im Moment, aber ich hab gar keine Erfahrung mit dem Döbel, von daher. Keine Ahnung, Alter. Wenn du keine Ahnung hast, Fresse halten. Ihr habt keine Ahnung vom Saugdöbel. Fresse halten. Wer weiß, was das ist. Wer weiß, was das ist. Tauwurm und Mistkäfer. Vielleicht ist das ein oller Keter, Alter. Schön 5 Kilo Keter auf 2,8er Mikrobraid. So ein Ding wird das. Warte mal ab. Scheiße. Alter, und wieder rein in den Drill. Guck mal, und da steht einer. Guck mal, der steht hier regelrecht. Der bremst sich die Pose aus. Guck, 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 wie er am Kämpfen ist. Der hat ihn schon geschluckt. Der geht schon wandern damit. Alter, ich werd weich. Ei, ei, ei. Was ein Giraffe. Ei, ei, ei. Okay, das kann noch ein bisschen dauern. Ich bin mal gespannt, wie lang das dauert. Alter Falter, du kannst es dir nicht ausdenken, Alter. Du kannst es dir einfach nicht ausdenken. Jetzt bin ich hier quasi die gesamte Strecke wieder zurück. Ich bin hier quasi schon fast wieder am Camp. Und so langsam kommt er hier ran, der Brocken, ey. Wat zur Hölle. Ach, ach, es war klar, Alter. Etwa klar. Das Tante Ketchen kam vorbei. Ach. Wieso, 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 das Ketchen. 2,2, 2,3 Keter Lachs. Auf 2,8 Kilo Mikro Braid. Katastrophe, Alter. Jetzt aber schnell einpacken und gucken, was an der anderen Route dran ist. Alter, die gesamte Strecke, Alden. Natürlich nichts mehr dran. Die gesamte Strecke hier zurückgerannt. Von hier bis hier. Ei, ei, ei. Naja. Also, was war denn das nächtliche Ergebnis von dem Ganzen? Wenn du noch keinen Saugdöbel hast, Alter, kannst du dich, glaube ich, im Moment hier ganz gut hinstellen. Und dir schön den Döbel reinziehen. Unglaublich ulkiger Fisch, Alter. Langnasen-Saugdöbel. Aber sieht ganz geil aus, auch. Guck mal, hier vorne noch so Pünktchen vor die Kriegsbemalung hier drin. Das ist schon ein witziger Fisch. Ja, Mann. Kann man machen, ey. Kann man machen. Ich weiß das gar nicht, wie das jetzt hier den ganzen Tag über noch geht. Und ob der auch tagaktiv ist. Ich glaube, nachtaktiv. Ich werde trotzdem hier gleich nochmal meine Routen reinschmeißen. Vielleicht geht auch noch was anderes dran. Allerdings nicht mehr. Mit Micro-Braid von 2,8 Kilo Tragkraft. Das ist vielleicht ein bisschen wenig. Wenn das Ganze geholfen hat, gerne den Kanal abonnieren. Einen Daumen da lassen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags ab 19 Uhr. entrevistereal. beyond Dad. Malo oben. Tutorial loaded. base总 coal fl好吧 da bei es criticisms Wenn das partners German ist, Wir sehen uns dann relacion mit dem Video oder mal zu einemblasiak. Bei mir. Caball. Ich danke dir 52, seit. Bis dannبي. Bis dahin. Bis dann. Bis dann tags Ramadan. Bis zum nächsten Mal.